Musik von einer Frau und im Profilbild nichts ausgefüllt und dann so ein typischer Name wie Schmusekatze oder ich weiß nicht so weiß nicht süße Maus 2050 oder so süße Maus 1,2,3,4,5 ich finde das war lustig und das ist halt nur um den Leuten die Credits abzuziehen krank lade doch mal schneller please jawohl was guckst du so hoch nicht ja Vielen Dank. So Leute, es ist wieder soweit, eine kleine Sneaky-Runde Aram mit meinen lieben Gästen, Kumpels, Freundin, Simon aka Einbreitling und die liebe Steffi aka Hannelore Elstner. Herzlich Willkommen! Da hörst du es gleich in unserem FDR-Channel. Oh wow. Nein, keine Sorge, das war keiner von unserem Ingame, sondern es war ein netter Kumpel, der einfach keine Lust hat, bei unserem Livestream mit dabei zu sein. Beziehungsweise Aufnahme. Wir wollten es ja mal ein bisschen spannender machen. Wer ist denn gelieft? Äh, wer... Ding? Steffen ist doch gelieft. Ach so. Wer nimmt das alle auf? Oh, sag das so früher, sonst hätte ich nicht gespielt. Ich grüße meine Mama und meine Oma. Und meinen Bruder. Kannst... Kannst dir sogar ein Lied wünschen. Wie im Lied. Einen Musikwunsch? Oh, engage! First Blood, easy. Aber nur durch meinen Stun. Jaja. Jaja. Ist ja nicht so, dass ich keinen eigenen Stun habe, gell? Erst nicht. Nein, ich bin nur Renekton. Nein! Nein, nicht so. Ach so. Hier, lass uns tanzen. Kommt schon. Gruppenbildung. Hier. Oh, ich sehe es. Oh, ich sehe es. Warum haben die eigentlich alle hier? Oh, nice. Simon? Warum nehmt ihr denn den Arm auf, ey? Wir nehmen alles auf. Alles, Mann, alles. Alles. Mein Arm. Alles. Ja. Wir haben doch beide einen YouTube-Channel. Beziehungsweise, ich habe einen Multigaming-YouTube-Kanal und Simon einen eigenen, weil Simon bei uns nicht mitmachen möchte. So ein Scheiß. Ich habe das nicht gemacht, weil ich auch andere Sachen zocke. Und wie viele gucken hast du? Ja? Was? Wie viele zugucken? Keine Ahnung. Ich habe, keine Ahnung, 100 Aufrufe oder so bis jetzt. Also, ich bin jetzt bei 173 Aufrufen und 6 Abonnenten. Ja, ich auch ungefähr so. Wie gesagt, wir haben ja erst die Kanäle eröffnet vor kurzem. Letzten Monat oder so. Aber im Moment guckt keiner zu. Nein. Ja, ich mache einen Livestream wieder. Morgen Abend, dann beim Aram-Saufen mache ich einen Livestream, aber jetzt nicht. Dazu muss ich alles wieder einstellen. Dann können wir ja Doublecam machen, gell? Ja, natürlich. Über Skype. Ich habe aber keine Cam. Sorry, Dude, aber ich habe keine Cam. Wie kann man keine Cam haben? Wie kann man eine haben müssen? Alter. Alter. Sorry. Alter. Ich mache jetzt hier nicht Draw My Life und sowas. Sorry. Ich würde ja jetzt so gerne reingehen. Jawohl. Das ist schon ein fieses Team, was wir haben, gell. Oh ja. Wenn du ruhig mal in den Tower anlösen. Womit denn? Ich weiß nicht, wie ich bin die Einzige, die halt aufhaut. Ja, aber das Spiel sei ja lange daran. Warum denn? Sag mal mal so, du bist auch die Einzige, die Damage macht. Wenn ich rangehe, dann hauen die mich gleich. Weil ich bin Full-Tank. Okay, Mana. Erleben nicht. Was? Wo ist denn hier unser Bomberman? Wie Meiner gerade gewartet hat, bis das Gift von der Kasse Bayer raus war, natürlich. Hat jemand es dann? Ja, ich denke. Kommt nicht an. Oh, ich denke jetzt. Draufklopfen, los jetzt. So, dann sind doch die Minions. Wirkt doch einfach. Wenn wir shoppen gehen können, mal. Bist du verrückt? Dann hätte ich den Kill abgegeben. Es waren noch keine zehn Sekunden. Guck, ich bin nicht so wie die Kasse Bayer. Hey. Ich lege das fette Partymann am Start. Kommt mal vorbei. Was? Wo? Ja, hier. Ich gehe voll ab. Ah, okay, ja. Guck, hier ist manchen Simon an. Seh mal. Wir haben auch noch jüngere Zuschauer. Was macht mir denn am meisten Schaden, die... Mann, da wollte ich schon meinen Zielen saven. Das war's. Was? Du hast nicht slept. Oh. Du hast nicht slept. und jetzt noch mal wo ist der quadra und wo ist der quadra ich komme nein haben wir nicht ich weiß auch nicht ich habe nichts gesehen jawohl immer schön auf mich drauf klopfen bin der tank jawohl das sieht nicht geil hohoho verbrennt doch alle er verbrennt soll der ulti war jetzt nicht zu wechseln huch spät gesehen wie immer einer überlebt von denen gell oder zwei nein verdammt machen so schlecht ja sagst du aber im Oh, schon wieder vorbeigeschossen. Das ist aber peinlich. Mensch. Bisschen zielen. Versuch mal nächstes Mal ein bisschen weiter nach links zu zielen. Simon, da! Erst drauf. Jetzt geht meine Tastatur wieder. Komisch. Ich mach mal ein paar Liegestützen. Und runter. Runter! Und eins. Und zwei. Komm, Simon. Ich mach mit. Jawohl! Schüss immer schön auf mich. Komm schon. Und eins tut mir ja weh, wie ich sehns. Nein! Es stirbt, es stirbt, es stirbt. Keine Ahnung. Team? Please? Geh drauf, komm. Die sind beide tot. Ja, ich aber auch. Nice. Ich hab kein Problem. Die zwei Tanks sind gestorben. Alle Damage-Dealer sind am Leben. Wirf. Ah, ich hab noch gar keine Boots. Ich sollte mir mal Boots kaufen. Hey, unser Team braucht uns, Simon. Komm, wir müssen uns beeilen. Ja. Lade. Ja, und schau doch, wie sie alle sterben. Ja, stimmt. Guck dir das an. Papa ist wieder da. Papa ist wieder da. Was? Ich jump ran, mach alles und Steffi kriegt einen Kill. Eiskalt. Hallo, ich hab den gestunzt. Nicht du. Nochmal, ich bin mit meiner W auf ihn drauf gejumpt. Ich hab ihn trotzdem gestunzt. Ja, der war doppelt Stein. Der stirbt. Schau's dir doch mal an. So, die holen wir uns auch noch. Wow. Ich mach gar kein Damage, hab ich mitgekriegt. Ich mach dir doch mal an. Guck dir diesen Mund an. Guck ihn dir an, wie er einfach immer im Kreis rum rennt. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Ich würde sagen, wir machen noch eine. Oh yeah! Wow! Oh yeah! Und danke fürs Zuschauen!